Ich denke, wir sind ziemlich nah dran. Der russische Bunker dürfte nicht weiter als ein oder zwei Kilometer entfernt sein. Was ist so besonders an diesem Bunker? Ich habe gehört, dass Sie da Versuche gemacht haben sollen. Wir greifen vor Tagesanbruch an. Feuer eröffnen! Gehen Sie nachsehen. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist passiert, Kleiner? Sie sind gekommen. Und sie vernichten hier alles. In die Köpfe schießen! Was ist das? Kolja, komm zurück! Glauben Sie eigentlich an den Teufel, Captain? Seit heute schon.